Doch wir haben eine Heimat! Oh, eine große Heimat! Jetzt ist es auch fertig! Ja? Das ist ein Karrie! Oh! Halloween Nahrungsgebiet deutschland die Schmackstelle Untertitelung. BR 2018 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 Das ist echt ein Traum, oder? Das ist echt ein... Ja, leider. Mega cool! Das ist schön, aber leider... Ich habe jetzt einen Gartetisch dabei reingestellt, dann können wir da ein bisschen arbeiten. Ich habe nie gesehen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Eti so. Ich will schon die Pfeife noch weg und rufen, ja? Ich bin jetzt in Karin in der Arbeit gekommen. Es ist sehr schön, nicht wahr? Ich habe noch nicht vorbereitet. Ich habe noch nicht vorbereitet. Ich habe heute auch noch ein 꽃. Ich werde auch noch ein paar Bilder probieren. Ich habe Karin sein, wie ich an der Karte von der Mutter. Ich habe hier die Karte einer Karte. Wie ist die Karte? Ja, auch. Ich habe auch sehr geschickt. Der Foto ist wirklich toll, dass man Na Kappen Kappen Die Kappen deinen Kappen Die Kappen Das ist auf jeden Der Kling ist richtig. Und vielleicht nicht gleich. Nein, noch nicht gleich. Gleich, gleich. Wie können Sie es nicht nehmen? Hahaha. Wauw, wauw! Wauw, wauw! Wauw, wauw! Wauw, wauw! Wauw! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja. Ja. Sonnenshine. All right. Oh, yes. So. Voll gut aus. Schön. Schön. Ja, jetzt ist er fertig. Ja? Sicher. Ja, ja. Ja, ja. Stoß noch mal rein. Ja, fertig, oder? Ja. Fertig, oder? Okay. War bei dir von mir drin? Sie ist sicher. Es kann keiner wegnehmen. Das ist richtig. Wem hast du, alter Ratsch, wieder geratscht? Das ist eine russische Idee, mit dem wir alles. Jetzt ist alles zu. Wunderbar zum Sitzen hier. Hey, mega cool. Ich mache Feuer. Wenn hier ist, äh, wenn hier Wasser zeigen, dann nicht geht's. Ah. Machst du hier vorne? Ich sollte sich da rausgehen. Und dann machst du hier hin. Ja, nein. Wie ist das? Ja. 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 Das ist der Heiligrücker. Ja. Ja. Und er ist überschwunden jetzt? Ja. Wie hier. Wie hier schneit den Kuchen an. Kuchen an. Kuchen an. Wie hier schneit den Kuchen an. Den Kuchen an. Wie hier schneit den Kuchen an. Den Kuchen an. Nicht genug, wenn ich bedenke, du warst immer für uns da. Auf dein neues Lebensjahr. Alles, alles Gute zum Glück. Hast du das selber gedichtet? Oder hast du einen Opa brauchen? Für die beste Mama. Selber gedichtet. Und? Das sind die kleinen Alpaka. Ja, Alpaka. Alpaka. Und da machen wir eine Alpaka-Wanderung im Bayerischen Wald. Da darfst du selber langsam mal an. Das ist ganz weit. Du darfst reiten, wenn du darfst nicht. Nein, auch nicht. Führen. Dann darfst du selber führen. Fazieren gehen mit dem Alpaka. Wo muss ich fressen? Das wird ja auch. Da kann ich mich am Montag wieder kugeln und wieder die ganze Woche nix essen. Das reicht dann für die ganze Woche. Brauchst du immer das Rechnung? Die Strip? Tee. Kann den du? Die Thäon. Bitte? Voll Thäon. Ehrlich? Geht du mal zu ihr? Das ist ein schönes Bild. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Happy, happy, happy!